Herzlich willkommen zu einem neuen Part von Alice Madness Returns! Schön, dass du wieder mit dabei bist. Das freut mich sehr. Ja, wir stehen hier. Oh, da oben ist was. Wie komme ich da hoch? Wie komme ich da hoch? Was war das? Ja. Da! Genau, wir sind wieder im Osten hier. Das ist wieder so ein Verfall. Toll. Ja, zeig mir doch mal dein Gesicht. Genau, und hier ist überall Verfall. Und wie ich da hochkomme, weiß ich gerade gar nicht. Ich kann doch mal gucken, wenn ich klein bin. Ich sehe hier aber nichts. Ich weiß nur, dass es hier mega eklig aussieht. Und ich springe jetzt einfach mal da rüber. Nein, wir müssen tauschen. So, das kriegen wir nur mit dem Steckenpferd. Ah. Auch gerade noch so geschafft. Wir ziehen an der Kette. Okay. Ach Gott, ich habe hier noch... Was war das denn? Habt ihr es gesehen? Ich hätte gerne irgendwie eine andere Sicht. Ja, jetzt haue ich da nämlich rein. Genau. So eine blöde Sicht. Wo geht es denn hier lang? Oh Gott. Hier ist noch ein Schlüsselloch. Rennen wir hier mal durch. Da ist dann auch wieder eine Flasche. Ach ja, und goldene Zähne. Sehr schön. Jetzt haben wir wieder 510, ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gerade gar nicht, wohin. Oh, manchmal hakt das Spiel so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch merkt. Okay, geht es hier weiter? Wäre ja sehr schön. Oh, die Ansicht ist immer so blöde, wenn man hier... Und darüber... Ja, gut. Aber schön, wenn du speicherst. Gut. Dann nehme ich ihm noch eine Wespe. Okay. Da geht es jetzt gleich hoch. Hier ist noch eine... ein Schlüsselloch wieder. Mal gucken, was wir hier finden. Eine Flasche oder eine Erinnerung wahrscheinlich. Wieder eine Flasche. Okay. Gehen wir wieder raus. Und dann gehen wir hier hoch. Schauen mal, was es hier so gibt. Ist hier irgendwas? Aha. Nö. Ist irgendwie gar nichts. Wo geht es da hin? Okay, die Tür geht zu. Ist das ein gutes Zeichen oder ein schlechtes Zeichen? Ich hoffe nicht wieder so ein blöder Gegner. Hallo. Ich hoffe. Awww. Okay. Okay. Er dreht voll durch. Ich.. Dann muss er ein vieles Geld nehmen. Ich weiß gar nicht, ich kann jetzt noch nicht... Was ist das? Geh, 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 geh Man muss das doch so machen Nö, irgendwie nicht Okay, es geht auch so Ich bin ewig nicht mehr gegen den gecamt So einen gekriegt, ist ja schon weg Der zweite auch Ich bin froh, dass es nur der ist Wir gehen mit einander zur Sicht Danke So, auf goldene 10er Und jetzt kann ich nämlich Hier durch Wir sind gerettet Unsere Wohltäterin Ihr seid frei Meine Freunde Süß Voll niedlich Geh, hier noch ein Ist noch was drin? Oh, goldene Zähne Sehr schön Mehr aber nicht Da ist ein Schwein in der Nase Ja Ich habe dich gesehen, Schweini Schweini Klopp Oh Ein Körbchen für uns Das freut mich Ach, Quatsch Sollen wir doch nicht damit Okay So Jetzt sind wir hier ganz oben Hier ist schon wieder überall verfallen Hier 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 Oh, gots Wow Ja Oh, gemein Oh, da kommen ja noch mehr Wie viele kamen denn da noch? Okay Okay, da komme ich gar nicht hin Wer zeigt dein Gesicht? Kommen da jetzt endlos solche Dinge? Also solche noche Also welche N Ich glaubte, den hätte ich noch länger gebraucht. Muss ich jetzt wieder zurück? Ernsthaft? Au, aua, aua! Oh, wie nervig! Au, aua! Ich kann hier nicht alle aufhalten und da immer mehr kommen. Ah, diese Mistviecher! Au, aua! Schnell weg hier! Das ist natürlich total nervig, diese fliegenden Scheißdinger hier. Ich sehe doch gar nichts. So, wir haben es nach oben geschafft. Entschuldigung, hab ich gerade verhaspelt. Wir haben es nach oben geschafft. Was war da jetzt drin? Habe ich wieder welche befreit? Ja. Warum freut er sich nicht? Ha! Okay. Ach, da muss ich gleich. Oh, wieder runtergefallen. Oh, ein Verfall. Überhaupt nicht schön. Die sind mir eigentlich relativ egal. Die kleinen. Die sind nicht so nervig. Okay, es geht immer höher und höher. Ich bin mal gespannt, wann wir es geschafft haben. Okay. Okay. Okay, wir sind oben. Was war das? Oh, ich geh mal eben hier rein. Oh, mal eben mein Leben auffüllen. Die bieten da irgendjemanden an? Meinen sie die... Ich geh da mal eben hin. Kann ich da irgendwas machen? Okay. Oh, meinstiger Falter. Oh, Schlafender vom Merge. Viele weiniger Herd und versehen. Die dankbaren Tod der Träume über Dankbarheit meist gibt es zurück. Okay. Oh, meinstiger Falter. Oh, schlafender vom Merge. Viele weiniger Herd und versehen. Ich muss wahrscheinlich hier rüber. Oh, Fächer. Cool. Wo soll ich denn hier hin? Das ist eine Schweinennase. Das ist immer so hoch. Komme ich da rüber? Oder gehe ich den sicheren Weg in Anführungszeichen? Das schaffe ich nicht. Hehe. Ja. Ich weiß. Ich glaube nicht, dass ich das von hier schaffe, oder? Oh, doch. Okay. So geht es natürlich auch. Okay. Okay. Habe ich verstanden. Ah, wo genau muss ich denn hin? Das schaffe ich doch gar nicht. Ich glaube, ich muss nicht nach rechts, oder? Ich weiß es nicht. Ich gehe jetzt nach links. Ich gehe jetzt nach links. Das habe ich ja vorhin geschafft. Ja. 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 Genau, einmal hier rüber. So, das haben wir auch geschafft. Finde ich aber cool mit den Fächern, das sieht richtig nice aus. Ich mag Fächer auch, das sieht gut aus, echt. Sehr schön. Kleine Lachen, Alice. Wollen wir unsere Erinnerungen oder eine Flasche, mal gucken. Das sieht auch eine Flasche aus. Okay. Sind wir hier drüben? Wann komme ich da rüber? Hm. Hm. Da. Gut. Das machen wir dann im nächsten Part. Ich mache jetzt hier erstmal eine Spielpause. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Ich finde das cool mit diesen Fächern. Das ist nicht schlecht gemacht. Finde ich sehr detailliert und sehr schön. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Ihr könnt mir gerne ein Like oder einen Kommentar oder vielleicht auch, wenn ihr mögt, ein Abo dalassen. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Eure Inuri.